Ich finde es immer toll, wenn Sportler, die am Anfang ihrer Karriere stehen oder eben auch Sportarten, die nicht so im Mittelpunkt stehen wie Fußball, unterstützt werden. Dazu braucht man die Deutsche Sporthilfe und es ist sensationell, was die Deutsche Sporthilfe in den letzten Jahrzehnten geleistet hat, welche Sportler sich hervorgebracht hat. Ich weiß gar nicht, wie viele Titel man dadurch auch schon errungen hat, international in den unterschiedlichsten Sportarten. Und sowas muss man unterstützen, finde ich immer gut, fand ich schon in meiner Jugendklasse, wenn es solche Leute gab, die da geholfen haben, unterstützt haben. Sonst hätte ich auch nicht so einen Weg einschlagen können, wenn ich nicht damals auch solche Gönner gehabt hätte.